Hier ist noch mal der Ausrotschwanz, man sieht ihn. Wir haben den 19. Januar 2022. Bewegt er sich ganz schnell. Das sehen wir. Das ist seine Tatmik. Zwei Augen auf dem Rücken. So oft habe ich mich eingelassen, was seine Bedeutung ist. So wieder als Mönch mit Schwanz bezeichnet. Und? 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 Vielleicht sehen wir dann im Frühling auch wieder das Weibchen. Und? Und? Ah, das sind noch zwei Augen. Und an die Bachstätze. Das habe ich jetzt schon länger gesehen gehört, habe ich sie kurz gesehen. So jetzt mache ich wieder ein längeres Video. Ich glaube, er wird der Ausrotschwanz allerhöchstens kurz gehört, aber nicht gesehen. Ausser, da kommt in die Nähe, da würde ich kurz ein Video machen. Das ist schon da gegenüber mal nur was er macht. Und hier ist er am Rand oben. Oh mein Gott. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wenn man von Neukölln zu sehen ist, werden wir von Neukölln aufnehmen.